Im Mai begann der Horror und wiederholte sich Monat für Monat, wenn Vollmond war. Immer wieder kam sie. Die Nacht des Grauens. Die Vorstellungskraft reicht nicht aus, um das Entsetzliche zu fassen. Aber jedem war klar, dass dem ein Ende bereitet werden musste. Der unübertroffene Meister des Horrors schuf diesen Film. Stephen Kings neuster Thriller, Wehrwolf von Tarka Mills. Ein silbernes Geschoss war die letzte und einzige Hoffnung.